ja servus leute ich bin's der bernie hier von erst auf desire und heute zu einem weiteren review der kitty works m 19 11 a 1 ja dies ist die co2 betriebene variante und kommen wir gleich zur verpackung und zum lieferumfang verpackt ist das ganze hier in einem wunderschönen karton wie ich finde hier oben haben wir das cold logo das m 19 11 a 1 hier co2 power soft air 6 mm plastik bb ist das produkt vorne noch mal in groß abgebildet auf der rechten seite des kartons die sterne der us flagge und ja das ganze sieht schon sehr sehr schön aus hier rechts links tut mir leid haben wir noch zwei bilder und das ganze spricht schon sehr für sich hier noch mal ein sticker mit dem aufdruck energie gleich ein juli maxi full metal body co2 semi-automatik soft air strong recoil blowback system adjustable shooting system hier und noch mal falls es nicht lesen können 87 meter die sekunde 50 meter reichweite 24 bbs pro magazin 89 gramm das ganze und 220 millimeter und das ganze hat auch ein hopp up das werdet ihr später noch mal sehen an den seiten haben wir noch ein paar kleine warnhinweise hier noch ein paar hinweise wie das ganz oben auch schon genau dasselbe hier wieder ein paar warnhinweise und ja kommen wir mal zum inneren ja im inneren finden wir eine beschreibung wie man das so kennt hier sieht man das ganze noch mal ja wie man hier noch mal die einzelnen dinge benutzt aber das seht ihr nachher noch mal genauer ja des weiteren haben wir in verpackung in der verpackung enthalten ein ein paar bbs kigi works alle noch voll würde ich euch auch von abraten die zu benutzen so besonders sind die nicht ja hier haben wir noch mal ein im bus schlüssel dann haben wir hier hinten noch mal ein plastikteilchen wozu das gut ist zeige ich euch später auch noch mal und die waffe selbst mit bereits eingeführte magazin kommen wir nun zur waffe selbst die waffe hat eine angegebene energie von circa einem juli dies werden nachher noch mal prüfen beim chrono ja kommen wir erstmal zu den allgemeinen infos dieser waffe und zwar diese waffe kostet so wie sie dort liegt mit dem rest der verpackung und dem lieferumfang den ich vorhin schon gezeigt habe 179 euro und bezugsquelle ist hierbei der begadi online shop kommen wir mal zur verarbeitung der waffe dazu hole ich mal euch etwas näher ran und wir sehen hier diese waffe hat eine wunderschöne verarbeitung wir sehen keinerlei gussnähte der schlittenfang setzt sofort ein sofern keine kugel drin ist ja hier hinten die sicherung die wir mit dem handballen sicher entsichern funktioniert einwandfrei weil ohne können wir den abzug nicht betätigen mit geht das ganze schnell der hahn auch wieder nach vorne ja unten sehen wir auch keinerlei gussnähte das magazin hat auch eine sehr schöne verarbeitung ist hier schon etwas abgenutzt durch spielen selbst dadurch können wir uns nachher auch ein besseres fazit darüber erlauben andersrum wird das ganze auch wieder eingeführt und so viel wollen wir auch schon zur verarbeitung gesagt haben das ganze super verarbeitet wie vorhin schon auf dem karton zu sehen war hat das ganze noch eine gesamtlänge von 220 mm und wiegt circa 980 gramm das ganze ist schon sehr schwer für eine pistole ein knapper kilo ist schon ordentlich jedoch hat man dafür auch was schönes in der hand sie besteht hauptsächlich aus metall lediglich die griffschalen auf der rechten und auf der linken seite bzw auf der vorder und rückseite sind aus strapazierfähigen abs kunststoff gefertigt die markings dazu kann man sagen dass wir hier ein aufdruck haben daten dann haben wir hier einmal das f im fünfeck ja logisch bei einer über 0,5 johl waffe dann haben wir hier das marking made in taiwan kiji works dann haben wir hier eine fortlaufende seriennummer hier das m 1911 us army gsg kaliber 6 mm bb ja das war es auch zu den markings und kommen wir mal zum auseinanderbauen der waffe das auseinanderbauen dieser waffe ist sehr sehr simpel dazu entnehmen wir uns erstmal das magazin und packen uns das ganze beiseite weil sonst funktioniert das nicht dann ziehen wir uns den hahn bis zum ende zurück und halten ihn fest wir sehen hier die entsicherung nach dem schlittenfang und dieser hat auf der anderen seite ein knopf den können wir uns ein stück eindrücken und das ganze auf der anderen seite dann problemlos entfernen ja jetzt können wir das ganze hier einfach nach vorne schnellen lassen und sehen hier eine wunderbare verarbeitung dieserseits der hahn spannt sich wunderbar packen wir das ganze zur seite und kommen zum anderen teil hier sehen wir auch schon eine wunderschöne verarbeitung der feder selbst das ganze ist vom hause aus schon sehr schön eingefettet das rote nozzle hier im inneren zeigt uns dass das ganze nicht nur co2 betrieben benutzt werden kann sondern auch als gaswaffe verwendet werden kann dazu brauchen wir jedoch halt das gasmagazin aber das ganze ist natürlich schon sehr sinnvoll dass man zwei verwendungsmöglichkeiten verschiedener gase zur auswahl hat ja das von mir vorhin erwähnte und zugleich auch versteckte hop-up liegt hier das ist nur ein kleines rädchen und kann zur negativen weise leider nur im auseinandergeburten zustand verstellt werden was natürlich ein bisschen umständlich ist aber es ist alles möglich denn out of the box schießt die waffe schon sehr sehr schön ja und kommen wir wieder zum zusammenbauen der waffe und das ganze geht recht simpel und in der umgedrehten reihenfolge dazu schieben wir das ganze hier einfach drüber ihr seht hier diesen stift den drücken wir nach unten und dann können wir das ganze hier auch schon wieder drüber ziehen halten das ganze wieder hier fest und schieben uns diesen pin wieder rein und schon ist das ganze wieder einsatzbereit ja zum magazin können wir sagen wird dieses mit einer co2 kapsel betrieben genauer mit einer 12 gramm co2 kapsel dieses nicht im lieferumfang enthalten und muss extra dazu gekauft werden am unteren teil des magazins kann können wir das ganze entweder mit dem mitgelieferten imbo schlüssel öffnen oder zu drehen je nachdem ja und dann haben wir das ganze hier geöffnet zum hinein machen der co2 kapsel drehen wir das magazin auf kopf und legen die co2 kapsel hier rein zum zudrehen des ganzen können wir auch eine 2 euro münze geben nehmen das funktioniert auch wunderbar und damit kann man auch auf die kurze zeit mehr mehr druck ausüben das ist schon sehr sehr gut so dann drehen wir das ganze langsam zu bis wir merken dass wir schon den widerstand der co2 kapsel da haben drehen dann weiter und sobald es anfängt zu zwischen drehen mit druck weiter das ganze sollte schon geübt sein ich bin da noch nicht so gut bitte um entschuldigung aber das ganze sitzt dann hier erstmal drin und sofern das ganze drin ist ist das ganze auch dicht und es entfällt uns keinerlei co2 was natürlich schon sehr positiv ist denn bei vielen waffen ist das magazin ja schnell mal undicht ich persönlich empfehle euch für diese pistole 0,2 gramm bbs zu benutzen da diese nicht zu schwer und auch nicht zu leicht sind wir ziehen uns diesen fang nach unten und haben hier unten eine verbreiterung der schiene dort setzen den spieler oder einfach an und drücken uns die bbs hier einfach rein diese sind dann in der versetzten anordnung im magazin wieder anzufinden ja so sieht das ganze dann aus hier haben wir zwei leerkugeln drin kann passieren muss nicht passieren aber ok lieber so als wenn das magazin undicht ist die funktion dieses plastikteilchen das ich euch vorhin gezeigt hatte ist ganz simpel dazu da dieser punkt hier vorne ist beweglich und wir setzen uns das plastikteilchen einfach hier vorne auf drücken damit rein drehen uns das ganze hier zur seite und können uns damit dieses plastikteil hier vorne entnehmen kommen wir nun zum schusstest ja um das ganze schussbereit zu machen habe ich euch das ganze schon gezeigt wie das funktioniert mit dem magazin dem co2 und im endeffekt schieben wir das magazin einfach nur noch in den magazinschacht bis es hörbar einrastet dann geladen wir das ganze durch und das ganze ist schussbereit ja chronographen wieder an und dann schauen wir mal was passiert immer ganz wichtig schutzbrille tragen 0,93 joule ihr könnt das super erkennen ja 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 jetzt ist der schüttenfang eingesetzt und das magazin ist leer geschossen ja jetzt das ganze wieder simpel in die waffe durchladen und kommen wir auch nun schon zum fazit dieser m 1911 a1 der firma kigi works ja fangen wir mit dem kontra argumenten an viel negatives gibt es zu dieser waffe ehrlich gesagt nicht zu sagen das einzige was mich ein bisschen wundert ist dass das ganze so teuer ist 180 euro ist schon ein sehr happiger preis für eine pistole und sollte nochmal überdacht werden das zweite negative ist dass die magazine sehr teuer sind und ja diese schlagen so mit circa 40 euro zu buche aber das ist ja normal bei co2 beziehungsweise gasbetriebenen waffen ok wollen wir uns gar nicht länger bei den kontra argumenten aufhalten kommen wir zu den pro argumenten positiv spricht für diese waffe eigentlich alles außer der preis die materialien metall hauptsächlich außer die griffscheinen wie vorhin schon erwähnt sind alle wunderbar verarbeitet und sprechen für sich das magazin ist vollkommen dicht die waffe hält ihren leistungsdruck stand der blowback effekt ist sehr sehr wunderschön und das ganze fühlt sich auch sehr echt an ja die schussleistung beträgt wie gesehen circa einen joule das co2 lässt nach zeit nach dann sind circa nur noch 0,7 joule aber das ganze ist auch normal und im maß für cqb artige gelände wunderbar auch für waldartige gegenden ist diese als backup waffe eine weitere empfehlung und bekommt von mir abgesehen vom preis 9 von 10 punkte klare kaufe empfehlung ja soviel dazu macht es gut und ciao leute ja 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 ja